Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen technischen Markt-Update und bevor es losgeht, gibt es natürlich den obligatorischen Risiko-Inweis. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir legen direkt los, es geht rüber in die X-Station und wir fangen mit dem Nasdaq Future an. Kurz noch der Hinweis, heute ist ein US-Feiertag, deswegen nur ein verkürzter Handel bei den Futures bzw. die Börsen bleiben geschlossen. Wir wollen aber trotzdem mal schauen bzw. uns vorbereiten für diese Woche. Wir sehen, dass der Aufwärtstrend in der Vorwoche nochmals durch höhere Hochs bestätigt wurde und jetzt wurde das Hoch vom März 2022 bei 15.268 Punkten erreicht. Hier findet jetzt möglicherweise die nächste wichtige Entscheidung statt und zwar entweder zieht der Markt einfach durch, dehnt den Aufwärtsimpuls weiter aus, um sich dem Zwischenhoch bei 16.009 Punkten weiter anzunähern. Oder wir sehen eben einen Abpraller oder einen Fehlausbruch und dann könnte der Markt bis zu diesem Ausbruchsniveau bei 14.694 Punkten zurücklaufen. Wir gehen zum DAX Future. Hier gab es in der Vorwoche ein Rekordhoch und dabei wurden drei wichtige Widerstände durchbrochen. Dann kurzfristig, langfristig, also das alte Rekordhoch und dann eben das Rekordhoch selbst und diese Bereiche dienen jetzt als kurzfristige Unterstützung. Allerdings würde ich sagen, dass das jetzt keine sonderlich starken Unterstützungen sind, weil die meisten Bewegungspunkte gibt es eigentlich erst hier unten in dieser Zone und das ist die wichtigste Unterstützung. Also diese Zone muss halten, ansonsten könnte sich die Situation zumindest dann kurzfristig verschlechtern, was wiederum bedeutet, der Markt hat rein theoretisch auch relativ viel Spielraum für korrektive Bewegung. Das heißt, Rekordhoch oder ein neues Rekordhoch, das ist das wahrscheinlichere Szenario. Wir gehen rüber zum Währungspaar Euro-Dollar. Hier wird das Zwischentief bei 1.0942 getestet und auch erstmal respektiert. Wir haben eine bullische Struktur, vier Fehlausbrüche allerdings bei 1.1033 gehabt. Der Rücklauf bis unter die 1.07. Hier gab es eine Stabilisierung und jetzt auch wieder einen kräftigen Anstieg und die 1.1033er Marke muss eben geknackt werden, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Und es ist zu erwarten, dass wir da zumindest nochmal einen fünften Test sehen in den nächsten Wochen. Gold hat einen wichtigen Tiefpunkt respektiert und zwar bei 1.934 Dollar. Das ist der zweite Fehlausbruch. Nach der Schwächephase signalisiert das also eine mögliche Bodenbildung und vielleicht auch den Beginn eines neuen größeren Aufwärtsimpulses. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Bullen da noch nicht so wirklich überzeugen. Wir können uns mal die Schatten anschauen von den letzten Kerzen. Hier gab es den letzten Hochpunkt, tieffristig und diese Reihe setzt sich eben hier weiter fort. Also das erste Signal, dass die Bullen möglicherweise wieder zurück sind, könnte ein Ausbruch über das Vorwochenhoch sein. Wir gehen rüber zum Öl. Die Ölsorte WTI versucht sich in dieser Woche weiter zu stabilisieren. Um den Kontext herzustellen, letzter Abwärtsimpuls, dann der Richtungswechsel und dann ein starker Rückgang. Wir sehen aber auch, dass kurzfristige Unterstützung jetzt gehalten haben in der Vorwoche. Und übergeordnet haben wir vielleicht auch so eine Seitwärtsphase. Aber eben eine Seitwärtsphase nach einem Rückgang und auch einem neuen Aufwärtsimpuls. Und was wir jetzt brauchen, ist ein Ausbruch über die 74 Dollar Marke, um sozusagen mehr Aufwärtspotenzial freizusetzen. Nach der Verteidigung dieser beiden Marken ist aber ein Test dieser oberen Grenze das wahrscheinlichere Szenario. Wir gehen rüber zu Bitcoin. Hier wurde eine langfristige Unterstützung in der Vorwoche getestet und auch respektiert. Wichtiger Hochpunkt, zwei Tests, dann der Bruch und jetzt kommt es eben oder kam es zu einem Retest und dort eben der Abpraller. Wir haben ein wichtiges Zwischentief bei 26.481 Dollar und dieser Bereich muss nachhaltig geknackt werden. Beziehungsweise eine Etablierung über dieser Marke könnte darauf hindeuten, dass der Markt wieder zu einem bullischen Modus zurückkehrt und dann vielleicht auch nochmals das Jahreshoch testet. Wenn das nicht erfolgt, dann ist zu erwarten, dass wir hier nochmals einen zweiten Test von dieser vorhin genannten langfristigen Marke sehen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ansonsten wünsche ich allen natürlich viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.